Hallo, leidenschaftliche Eintracht Frankfurt-Fans! Ich habe aufregende Neuigkeiten, die ich heute mit euch teilen möchte. Bereitet euch darauf vor, eine Mischung aus Nostalgie und Begeisterung zu spüren, während wir in die Legende des Frankfurter Torwarts Oka Nikolov eintauchen und seine Sicht auf den neuen Trainer unseres geliebten Klubs, Dino Topmöller. Adler, wenn ihr neu hier seid, abonniert den Kanal, damit ihr keine Neuigkeiten aus erster Hand von unserem Verein verpasst. Hier bleibt ihr immer auf dem Laufenden. In einem aufschlussreichen Interview mit der Bild-Zeitung äußerte Nikolov seine hohe Anerkennung für Topmöller und lobte seinen Werdegang und seine Erfahrungen beim FC Bayern und in der Champions League. Doch es gibt etwas Besonderes, die wertvollen Ratschläge, die er von seinem Vater erhalten hat, einer wahren Legende im Fußball. Mit seinen Worten entführt uns Nikolov in eine Welt der Hoffnung und des Vertrauens. Er glaubt fest an das Potenzial von Topmöller und sieht in ihm einen Trainer, der Eintracht zu neuen Erfolgen führen kann. Es ist eine Verbindung, die über das Spielfeld hinausgeht, eine Bindung, die zwei Generationen vereint und Weisheit und Inspiration vermittelt. Aber das ist noch nicht alles. Nikolov, der derzeit Torwarttrainer bei Los Angeles FC ist, offenbart seine persönlichen Ambitionen. Er strebt im nächsten Jahr seine eigene Trainerlizenz im Fußball an und möchte damit noch mehr zum Sport beitragen, den er so sehr liebt. Adler Thölger, in solchen Momenten füllt sich das Herz mit Begeisterung und Neugierde. Was hält die Zukunft für Eintracht Frankfurt unter der Leitung von Topmöller bereit? Bereitet euch darauf vor, jedes Spiel, jeden Sieg und jeden Moment gemeinsam zu erleben. Gemeinsam sind wir stärker. Und mit Topmöller bin ich mir sicher, dass uns große Erfolge erwarten. Lasst uns diese neue Phase von Eintracht Frankfurt feiern, voller Hoffnung, Einsatz und Entschlossenheit. Gemeinsam auf dem Weg zu den Sägen, die auf uns warten. Eintracht, Eintracht, hier, hier.